Und auch aus Tirol, aus der Wildschönau, kommt das Quartett, das ich jetzt zu Gast in meiner Stube habe. Nämlich, das ist ein doppeltes Geschwisterpaar. Die Schwestern Neumayer und die Brüder Klingler. Und das Ganze nennt sich Vierklang. Und das ist der Hubert, die Christina, der Toni und die Tina. Und Christina, macht ihr das jetzt als Hobby so zum Feierabend oder ist das Beruf? Also der Toni und ich arbeiten in der Musikschule. Und aber großteils, es ist unser Hobby, weil wir es mit Leib und Seele einfach die Musik einfach lieben und das praktizieren. Naja, mit der Musikschule ist man natürlich auch drin. Genau, da geht es einen ganzen Tag um Musik und das passt gut. Und wie habt ihr euch jetzt gefunden? Ich meine jetzt als Quartett. Toni? Ja, das war eigentlich so. Ich und Christina haben gemeinsam in Innsbruck Musik studiert. Und da haben wir unsere gemeinsamen Interessen entdeckt. Und Christina hat davor schon mit ihrer Schwester gespielt und ich mit meinem Bruder. Und so wurde der Vierklang gegründet. Wenn das kein Glück ist, der Bruder kann singen, die Schwester kann musizieren und dann finden wir zusammen. Und ich habe ja erfahren, also nicht nur musikalisch seid ihr wunderbar, sondern auch privat harmonisieren zwar. Nämlich die Tina und der Hubert. Sagt's nochmal, also Stubmusik und Hausmusik, das wird ja in der Schönau, in der Wildschönau ganz besonders gepflegt, gell? Ja, Wildschönau ist sicher in Hochburg, wo Volksmusik sehr viel praktiziert wird, speziell in der Weihnachtszeit wird in vielen Häusern musiziert. Ist eigentlich ganz normal. Wir mit den Kindern musizieren Weihnachten auch. Das gehört irgendwie dazu, zu Weihnachten bei uns. Und die Kinder sind auch schon recht musikalisch, gell? Ja, der Bua spielt Klavier. Das bleibt nett aus. Ihr habt ja einen musikalischen Adventskalender sozusagen ins Leben gerufen. Das ist ja eine ganz besondere Idee. Ich glaube, das stammt von Toni. Ja, ich habe da den Vorschlag gemacht, dass wir eine Weihnachtstee machen mit 24 Titeln. Das hat die Christina gleich so gemeint, das ist ja ein musikalischer Adventskalender. Und so wurde die Idee umgesetzt. Und der Heilige Abend. Wie wird der bei euch gefeiert, Tina? Das ist bei uns ein typisches Familienfest. Da sind wir alle beinahe, da haben wir in Rosenkranzbetten, die Weihnachtsnudeln werden gegessen und genossen. Da freuen wir uns alle drauf. Und nachher wird das Haus geräuchert. Und dann kommen wir zum Heiligen Abend zur Bescherung. Also, gesegnete Weihnachten euch. Und wir freuen uns jetzt auf den Wohlklang von Vierklang und das bekannte alpenländische Hirtenlied Gehörn sei Bagdai Pinke zum. Musik Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr. Ich wagen erst in Sarsch und Slok, da hieß Krimtasch und Zweh. Hast du denn nicht den Engel krärscht, wie er uns hot verkünd? Da Gott ist so, dass kleine Burheit noch vom Himmel klingt. Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr. Nimm mich, der Bröckli, der Schmeuz und auch ein Norweg-Hass. War du nicht her von unserer Ors, aufs Kindlheit vergaß. Bis das die Uhr noch zwölfig schlong, dass mir noch Osterdorn. Et schau, amoi, dass d'fertig wär'sch, sie's geh'n noch heute allein. Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr. Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr. Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr. Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr. Gehans, der Bock, dein Winkerton, wir geh'n noch Bettleherr.